Okay, jetzt haben wir es killen. Die Workbench müsstest du bei ihr auch schon als Quest haben. Die Workbench habe ich als Quest, muss ich gleich schon mal schauen. Müsstest du eigentlich? Ist das das? Ja, das könnte sein. Nein, Advanced Forge habe ich. Die Workbench nicht? Wie heißt sie? Workbench. Die Quest heißt es und so. Ähm, Crafting Workbenches. Moment, so. Kann ich nicht verkaufen? Wieso kann ich die Bilder nicht verkaufen? Ich habe auch gesagt, da fehlt der Preis dabei. Also entweder ist das jetzt seit der Mod-Update nicht mehr drin. Selber. Selber. Okay, das kann ich verkaufen. Gut. Kann ich die verkaufen? Nur selber ist. Neben deiner Forge liegt der Cross... Oder nein, warte. Ich lege den Crossbow in die Bogenkiste. Ja, bitte. Genau. Grüß Gott. Ich wollte eine Waffe kaufen. Haben sie sowas? Vielleicht. Der hat nur Iron Ream vorst, glaube ich. Du glaubst doch nicht, dass der dir Waffen in die Hand gibt. Also wenn er noch halbwegs betrost ist, macht er es nicht. Iron Chester auch noch. Weißt du, was er im Secret Stash hat? Was denn? Holz. Ähm, ja. Oh, Steak Sandwich. Also, wenn man das... Okay, jetzt weiß ich, wie viel das hergibt. Ein Steak Sandwich gibt es zwei Gesundheit, 10 Fullness, minus 1 Situation und 0,18 Wellness. Mhm. Also, es zahlt sich, glaube ich, nicht aus, dass man das herstellt für den Aufwand. Naja, doch, für die Wellness vielleicht schon. Im Gartensalat gibt es 12 Fullness. Ja, aber dafür musst du was anbauen. Ja, ich sag's mal. Man sieht's ja nicht, bevor wir es nicht selber mal gekreiftet haben, ne? Nein. Eben. Honig hat er. Kann ich noch nicht, okay. Kann ich Honig kaufen? Ähm, im Moment haben wir ein Antibiotika. Okay. Habe ich vorhin eins mitgebracht. Ja. Ja. Ist halt blöd. Nein, der hat noch nie einen Reinfurst gehabt. So, kann man da irgendwas? Ne. Ja, ja. Ja. Tschüss und du. Ich meine, der Chefsalat zum Beispiel braucht Turkey, Onion, Tomaten und Salat. Mhm. Das musst du natürlich auch alles erstmal haben. So. Also, geh ich halt einmal weiter looten, ne? Ja. Haben wir irgendwas gesagt, was wir machen? Ähm, naja, wir wollten weiter looten. Ich bin aber jetzt gerade noch am Ofen. Es kommt dann gleich nach. Ich, ich, ich schmeiß, ich schmeiß mir immer in die... Ja, zuerst einmal mache ich das. Zombies weg. Und dann gehen wir in das Nachbargebäude. Okay. Da sind die stiffen Tools da. Mhm. So, kann ich leider noch nicht. Mhm. Okay, dann... Ich geh mal rein. Ja, ich komm mal. Da drüben ist der PC. Du warst da schon drinnen? Oder? Nein, das ist noch nicht alles. Waren wir da schon drinnen? Ja? Ich war schon mal drinnen. Okay. Genau, weil irgendwas unterbrochen worden. Mining Machine. Wahrscheinlich doch Zombies, ne? Ja. Äh, ja. Ich sag mal ja. Ich sag mal ja. Ein Krabbel. Na, wo bleibt's hier? Also warte, ich habe ja noch die Quest. Das musste ich ja... Ähm. Äh, so umbringen. Warte mal. Was denn? Der hilft wie ein Affe. Okay. Oh. Okay, da ist kaputt. Hab ich dir den jetzt weggenommen? Hab ich mir jetzt den... Ach, verdammt. Ich geh mal raus. So. Hab ich mir das Vorsteuern mitgenommen? Nein. Nicht Deppich. Ach Gott. Ich komm gleich. Naja. Jaja, mein Knüppel ist kaputt. Okay. Und ich hab das Vorsteuern daheim passen. Eigentlich wollte ich's mir ja mitnehmen. Mhm. Eigentlich. Finde den Fehler. Ja. Verdammt. Verdammt. Hm. Hund wollte ich auch noch erledigen, gell? Ja, eigentlich schon. Hast du den noch immer nicht gefunden? Nein. Hm. So. Genau. Da wollte ich... Ach Gott, ich... Was ich alles wollte! ... 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 ich ja weil ich dich denn wirklich das deutsch wollte ich das wollte ich definitiv nicht construction 10 genau das war's ja geh komm so ich habe keine punkte mehr mhm so bin ich wieder da komm her so sehr gut oh so gibt es noch irgendwas zum weg machen da hinten ist jetzt mal alles leer ich habe mich wieder mal erfolgreich gedrückt ne so oh 35 metalle in einer küste also eisen ja ja ich gehe ich gehe oh 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 so geld ok hast du hunger ja ja minimal so was habe ich da gefunden ja movie booster gut 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 eins was wir noch nicht haben hoffe ich achso ähm movie poster 43 was denn da oben ich glaube das ist herr der ringer ja ich glaube das haben wir noch nicht hm ok es waren nur holz drinnen Achtung da komme ich gleich genug warum kann ich es nicht reparieren weil ich kann holz habe ok ja ich gehe mal raus und hole mal holz äh stein holz holz kannst du mir haben stein ich habe vorhin alles in die ähm pfeilspitzen gesteckt holz nein stein schlusser ach blöd so dann gehen wir kurz da hoch da kann ich hoffentlich jetzt mal reparieren ach einen pinsel haben wir gefunden ok es will zur pc jetzt sicherlich tören doch tut ja keinen zwangern das tue ich eh nicht das weißt du doch ich kann es ja mal wieder zerstören geht gar nicht auch für konstruktion tools oder keine ahnung äh geht sich das zement envivernetol oh gild und jinks baskets Das ist da, das ist da, das ist da. Bleibst du da? Oh, eine Pille. Ah, das ist für die Plastikflaschen, ne? Ah, die grüne Tablette? Die grün-weiße, ja. Ja, die ist für die Plastikflaschen. Hat die Frau Krankenschwester mitgehabt? Das ist natürlich sehr schön von ihr. Was ist das? Disposable Pipe-Pen. Wir haben eine was Pipe-Pen? Ja, das dürfte eine Kuchenform sein. Okay. Oh, hallo, ihr Zombies. Ah, eine Ranch! Ich habe eine Ranch. Sehr gut. Eine Ranch. Oh. Aber für das? Hat es nicht wirklich viel? Wir geben dieses Lokal da. Oh Mann, mit der müssten wir auch treffen. Okay, ich glaube, ich vergesse es mit der. Äh, Hund? Wo denn? Vom... 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 Vor dem Tools-Dings. Okay. Ich komme. Lauf in eine Richtung. Lauf zu mir. Hinter dir ist ein Zombie. Und dort. Ich sehe es. Und dort. Ich sehe es. Sag mal. Sch... Die Tür! Nett! du der da ja ja kommts ja so cool mann brauchst du hilfe ne ich musste mir noch einen bogen erledigen du hast den händler angeschossen ja ist ja schlicht so schlimm wie viele brauchten der noch naja komm glaubst du war das der hund den ich gehört hab nein der kam jetzt erst an irgendwo da war ein auto im weg gut ah ich glaube ich sehe die hunde gut sind zwei hunderte drinnen was im haus ja dann viel spaß ich treffte doch das hin was dann achtung ich kommt da gleich ein hund raus okay da waren nämlich zwei ja 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 ich weiß nicht ja ich weiß nicht wir sind nicht Ich mach's jetzt so. So. Oh! Verdammt! Achtung! Lauf einfach in eine Richtung. Rückwärts bringt's gar nichts. Oh. Ja? Sind wir nicht? Ja, jetzt ist er tot. Das klingt, sagen wir mal. Oh, jetzt ist mein Messer kaputt. Geil. Wir haben wohl, glaub ich, um noch welche. Ja. So weg. So. Nein, geh geh auf, da ist er noch einer. Wie fühlten noch? Na ja. Da sind wir wieder gespawnt. Es ist alles schon empty. Empty. Okay. Ach so sind die... Moment mal. Was denn? Ah, da ist auch einer. Wo denn? Ein Wolf im Klo. Im Klo? Im Klo? Ja, das war wahrscheinlich der, den ich gehört hab. So, hab ihn umgebracht. Sehr gut. So, den können wir gleich zerlegen. Der gibt lecker Abendessen. Hast du die Küche gelootet? Ja, nein, da war ich jetzt nicht, aber ich glaub die hab ich von oben gelootet. Ja, die ist schon leer. Ja, der Wolf rollt halt da unten aufs Klo gehen und hat sich dabei eingesperrt, beziehungsweise ist halt dann nicht mehr rausgekommen. Ja. Ich glaubt. Okay. Ach, da bist du grad dran. Lechten Teile. Haben wir jetzt vergessen auf die Aufnahme? Ja, ich fürchte, die müssen wir nachher halbieren. Denken wir an? Ja, wir sind erst bei 51 Minuten. Ja, geil. Jetzt bringt's das auch nicht mehr. Na, das ist lang für einer. Oh, kacke. Sehr gut. So, mehr Geworter, viel mehr Geworter. Aha. So, da ist nichts drin. Ja, das nächste ist eigentlich dann... Das ist noch angepascht. Was baust denn du da gerade auf? Hä? Baust du da gerade irgendwas auf? Ne, ich schieb Sesseln auf. Sesseln? Achso. Ja. Ja. Ich hab da noch einen ganzen Raum voll mit Stühlen gehabt. Mhm. So, soll ich da jetzt einmal reingehen? Wenn du magst. Wenn du magst. Klingt auf jeden Fall spannend da drinnen. Ja. 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 Ah, da drinnen. Komm schon mal drauf. Ja, das ist ja das letzte Mal. Ja. So, das ist alles geloatet. Ah, das war eine Quest, habe ich erledigt. Cool. Sehr gut. Das ist ein Hund zum Tatei erlegen. Ich habe leider kein Messer noch. Moment. Moment, wo? Ach, das ist aber ein Zombie-Hund. Der gibt nichts gescheits. Na, aber es gibt heute. Ja, ja, klar. Aber es gibt halt kein Fleisch. Na ja, heute ist aber auch nicht schlecht. Boah, ist okay. Was geben die eigentlich? Na, nehmen wir gleich. So. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Sag einmal. Na, der cheatet schon wieder. Wieso cheatet der? Na ja, weil der Kopf in den Baust steckt. Der haltet aber aus erst. Ja. Ein Fährerl ist er ja. Ein Fährerl ist er ja auch. Ich habe es gesehen, ja. Ja, ich hoffe, du siehst, was da hinten drinnen ist. Was denn? Ja, schau mal durch die Türe. Ah, ist das ein Kopf? Das ist ein grüner Kopf. Wahrscheinlich in Fährerl. Ja, darum sind die Spikes da, ne? Ja, wahrscheinlich ist da hinten was voll Interessantes. Oder auch gar nichts, ne? Na, natürlich auch möglich. Ja, nehmen wir ihn weg. Ja. 17 Uhr. Oh, oh, oh. Was? Er läuft. Ich sag doch, Ferran. Sie läuft. Ja, ja. Ich laufe mit dir spazieren und du schießt sie. Äh, die, die, ne. Ich kann sie auch, Achtung. Oh. Nicht nach rückwärts. Bist nicht schnell genug. Ja, ja, ich habe nur geschossen. Jetzt kannst. Oh, da ist ein zweiter. Ja, ich weiß. Wie viele sind denn da noch drinnen? Keine Ahnung. Die eine habe ich mal getroffen. Oh, jetzt habe ich keine Ausdauern mehr. Boah. So, ich gehe mal kurz raus. Habe ich irgendwo Alkohol? Danke, dass du es zu mir bringst. Äh, ähm, ähm. Ich wusste ja nicht, dass das bei dir raus heißt. Raus hätte mir geheißen, ich gehe raus und mache die Türe zu. Ja, ist schon gut. Grain Alkohol. Habe ich das oder habe ich das einzig? Ich deb. Willst du dazu jetzt eine Antwort haben? Nein. Bier habe ich. So, okay. Ja. So, auf geht's. So, wie ist sie... Hier sind wir da. Wo denn? Da ist nix. Nix? Nein. Ah, ich brenne! Verdammt. Receipts. Da ist sie. Sie liegt? Ja, eine. Na ja, ist sie. Oh. Mist, ich habe keine Glasflasche. Okay. Ah, die ist tot. Cool. Eine haben wir schon. Super, ich habe mich antrunken. Ah, du auch? Ja. Ich werde das nicht überleben. Ja, sage ich doch. Oh. Oh. Nicht schlagen. Warum? Weil das Aua macht. Ah, okay. Ja, sie liegt. Sehr gut. Jawoll! Shotgun und Munitionskiste. Cool. Wo war die andere? Jetzt weiß ich nicht, wo die andere gestorben ist. Verdammt. Wann ist das? Nein, du musst mich dann. Was? Der Loot. Ach, wir werden es schon wieder finden. Verdammt nochmal. Wann? Wo ist denn die gestorben? Moment, da hat er eine. Verdammt nochmal. Ist verschwunden? Ah, vielleicht ist sie irgendwo draufgeflogen. Da ist ja noch was drin. Da ist ja noch was. Natürlich ist da noch was drin. Oh. Machen wir mal die eine Kiste. So, das ist gleich kaputt. Was mache ich denn eigentlich mit dem? Dann entwickle ich. Mit dem? Noch ein bisschen. Ach ja. Haben wir es gleich geschafft. Aber jetzt haben wir schon eine Stunde, gell? Ah, ja. Machen wir gleich Schluss. Ich würde sagen, machen wir jetzt Schluss, oder? Ja, genau. Ein Cliffhanger. Mal schauen, was hinter der Türe da ist. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.